die horrorshow im horrorjahr 2020 ist geschichte und sie war durchaus kontrovers wir blicken zurück und arbeiten für euch auf was passiert ist ihr hört den spot fight wrestling podcast mit der review zu wwe extreme rules wir wissen was ihr letzten sommer getan habt und wir wissen auch was ihr diesen sommer macht nämlich diesen podcast hören also liebe hörer wir möchten ein spiel spielen und unsere aufgabe an euch ihr müsst euch extrem roots anschauen wir haben vorgelegt die gruselshow und wir gucken mal wie sehr wir uns gegruselt haben in diesem sinne wir sind live nach der horrorshow bei extreme rules 2020 hier auf youtube und wir werfen ein auge darauf wie brutal es denn jetzt war und was sich denn bei dieser show so getan hat ihr hört den spot fight wrestling podcast mein name ist tobi und wir haben den 20 juli 2020 3 uhr 48 in der früh wenn euch dieser podcast gefällt dann bewertet uns doch gern mit einem daumen auf youtube folgt uns auf spotify oder schreibt uns eine bewertung bei itunes sehenden auges durch diese show gehen möchte ich heute mit meinen geschätzten partnern zum einen der fünf sterne chris zum anderen der edeljobber björn kommt rein in die gute stube und lasst uns sprechen über dieses event björn wie geht's dir nach dieser show es ist faszinierend wie du das wirken kannst dass du jetzt hier motiviert bist und so rein startest ob hier total geile action wäre oder so was halt während ich einfach nur total down bin und mir einfach nur denke warum tue ich mir das eigentlich noch alles an und ich habe jetzt schon mal eine kurze frage was hat shaggy dafür getan um suspendiert zu werden und kann ich das auch machen wäre es nicht eine größere strafe wenn wir quasi shaggy einfach zurückholen und ihn zwingen jetzt war und smackdown zu gucken ich finde wir dürfen uns auf jeden fall zu recht damit brüsten dass unsere storylines und payoffs größer sind als die von diesem event das wir hier gesehen haben das ist ja auch schon mal eine ansage spotify podcast marktführer also hiermit beantrage ich die strafe die suspendierung von shagd meg aufzuheben free shagd und er wird dazu gezwungen in den kommenden wochen war und smackdown aufzunehmen und da ja einen platz freigeräumt werden muss bei war und smackdown einmal johnny hast du meine telefonnummer von deiner freundin oder so was muss ich mir einfallen lassen was christ du bist auch da wie extrem und wie gruselig war dieser pay per view ja die andere seite von team fünf sterne jobber und ja augenberichten zufolge war das ein ereignis reiches event voller ereignisse keine ahnung nee es war eine wcw 2000 style show und dieser vergleich zeigt schon mal auf was für einem grauenhaften level wir uns befunden haben ja tobi ich weiß nicht es gibt wahrscheinlich viele augen jokes und so die sind jetzt schon ausgelutscht im jahr 2020 und nach dieser show aber du kanntest ja ich küsse dein auge nicht wie sieht es dann zum beispiel mit sowas wie mach kein auge aus kennst du den spruch mach kein auge heißt glaube ich guck nicht so ne ja so sei nicht neidig können doch einfach wir haben aber in jedem fall ja augenscheinlich ein schönes dreiergespann mit dem wir heute auffahren also lasst uns auf diesem pay per view blicken ich kann es kaum erwarten hier drüber zu sprechen das war die letzte wwe großveranstaltung vor dem großen summer slam vielleicht ist dieser podcast in diesem augenblick auch schon von der klippe gestürzt wir wissen es noch nicht so wirklich fangen wir an mit dem kick off es gab klassisches green screen studio wir haben festgestellt jbl tut hd auch nicht mehr so gut im jahr 2020 new day war am start es gab einen kurzen cameo auftritt von devon dudley und dann hatten wir unser pre-show match kevin owens gegen murphy schnelles match viel tempo einige coole aktion owens holt sich den sieg nach einem stunner und wie viele minuten waren es es waren acht minuten und 52 sekunden das war das kick off match hat es denn von euch irgendjemand überhaupt gesehen ich habe es auf fall gesehen und es liest sich auch wie vielleicht sogar das beste wrestling match des abends ich würde jetzt im nachhinein auch behaupten es könnte sogar das beste wrestling match des abends gewesen sein aber wir sind hier bei einer company die das ja nicht interessiert und die uns absichtlich gutes wrestling bei dieser main show wegnehmen wollte deswegen passt das wahrscheinlich in die pre show also match war nett wenn ihr was sehen wollt von dieser show dann würde ich euch sogar fast das empfehlen das beste an den ganzen abend ist das neue pay-per-view format dass es nur zweieinhalb stunden geht das klappt nur wenn man die pre show nicht guckt ich habe sie tatsächlich nebenbei aufgehabt und ich habe auch die wiederholung vom stunner gesehen mehr kann ich nicht beizutragen richtiger sieger ordentliches match kein fuck finish ich habe hier an nichts auszusetzen es gab dann schauriges video paket als es in die main show herein ging mystisch dunkel kühl und schaurig frage hätte man nicht wenigstens für diese horrorshow irgendwie irgendwas an dieser stage zumindest leicht verändern können weil es gibt dann den theme song und dann leuchtet alles lila und diese led boards und so und das sah eigentlich fand ich gar nicht mal so gruselig aus für eine horrorshow es gab dann den opener tables match um die smackdown tagteam titel chris war der denn gruselig dieser opener gruselig war er nicht würde ich sagen also wir haben ja im vorfeld über tables matches gesprochen dass wir alle jetzt nicht der größte fan davon sind ich finde natürlich hat das match seine grenzen gehabt dadurch dass es die stipulation war aber man hat versucht weitestgehend durchgehend action reinzubringen nicht ständig versucht nur den gegnern durch den tisch zu werfen geschafft die frequenz von moves relativ hoch zu halten ein paar innovative ideen waren auch drin zum beispiel wie kofi da mit dem tisch abgefangen wurde und so also das war ein solider opener würde ich sagen für ein tables match es wurde wie wie gekonnt er ignoriert einfach die ganze komplette stage und alles drum und dran also sorry da muss ich sofort einhaken weil tobi es ja schon angesprochen hat ey alter wir haben hier irgendeine horrorshow die uns präsentiert werden soll extreme rules und die halle sieht aus ob wir hier eine 80er jahre rollschuhdiskuss sind was ist denn da los was stimmt denn mit denen ich warum ist denn da alles näher und ausgeleuchtet können die sich ein bisschen ich meine wie viele leute arbeiten bei der wwe okay wenn ich es gemein wäre würde ich sagen seit ein paar mutter ein paar weniger aber die werden es davor hinkriegen mal ein bisschen 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 leidenschaft da reinzulegen und ich meine wenn wir schon keine zuschauer haben dann bau doch pfingsten hat wenn du halt nur einen blöden toten kopfschädel da aufbaust ein bisschen gruselige lichter machst halt so ja ein bisschen dunkler alles gestaltest aber nein wir machen hier eine 80er jahre rollschuh disco und ich frage mich immer nur sind die eigentlich bescheuert oder was vor allem finde ich es interessant weil man ja zum beispiel bei nxt bei diesem great american bash special sich schon irgendwo versucht hat neues zu integrieren bei dieser stage also diese autos luftballons und bei main show pay-per-views komischerweise auch bei wrestlemania ist da nicht so viel zu holen verstehe ich gar nicht im publikum wurde viel getanzt bei der horrorshow die hatten alle sehr gute laune als der new day heraus kam und ja auch schinske nakamura und cesaro kam dann heraus war ein tables match beide teams bauten tische auf deuteten spots an aber es dauerte immer wieder zu lang und dann hatten sie die möglichkeit wen durch den tisch zu werfen machten es aber einfach nicht big e hielt zum beispiel cesaro perfekt in einer powerbomb position musste ihn nur noch fallen lassen aber hat halt nicht gemacht es standen bestimmt sieben acht tische auch außerhalb des rings und trotzdem wurden noch neue tische unter dem ring hervorgeholt new day hat dann die idee gehabt zwei tische außerhalb des rings zu stapeln und cesaro hatte big e fast vom top rope schon durch den tisch stürzen können dann hielt er ihn aber sogar fest und warf ihn stattdessen in den ring wo kein tisch stand später versuchte dann kofi ein hurricane runner gegen cesaro auf dem top rope daraus wurde dann aber eine powerbomb von cesaro gegen kofi durch diese beiden tische außerhalb des rings dieser finale spot der hatte ordentlich wumms wir haben damit tatsächlich neue tag team champions da haben sich den new day gegen viele teams durchgesetzt und dann ist es hier nach etwas mehr als zehn minuten björn die kombination aus cesaro und shinsuke nakamura die sich hier die tagteam titel schnappen ja dann bin ich mein augen willst auch hinter mir habe ich hatte genau auf dieses outmatch ja auge gemacht hat ein märk gelegt ja ich habe genau augenmerk auf das match gelegt ja habe ich mein witz auch abgehackt wie heute dankeschön abgehackt ja ich habe sehr verteidigt und habe hier auch tables matches verteidigt und bleibe auch bei dieser meinung diesen der preview hatte wer nicht gehört hat ist kein patron und damit schämt euch nein skandal ja aber leider kam für mich weder irgendeine spannung in diesem match auf ich hatte so viel mehr erwartet der endspot war ganz nett aber der komplette aufbau dahin fehlte und es war halt irgendwie ja dass ob die simulation den leuten eher im weg steht halt so und ich habe ganz ehrlich gedacht hat so gerade von den vier dass sie da viel viel mehr rausholen können und ja können uns jetzt über die sieger freuen cesaro wird gepusht jungs nächste world champion ich sehe es schon kommen vor mir oder auch nicht ja war ganz nett aber mehr auch nicht also ich habe mir tatsächlich im vorfeld ja nichts von diesem match erwartet deswegen fand ich es eigentlich okay und ungefähr das was man sich halt erwartet hat also ich muss auch sagen das ist die bessere einstellung das ist die bessere einstellung das ist vielleicht auch besser reingehen ich habe immer leider zu viel erwartet das finde ich war auf jeden fall cool das muss man auch sagen ich finde auch gar nicht dass man dann nicht ein bisschen darauf hingearbeitet hat weil ja die tische ja draußen schon kurz vorher oder länger vorher sogar aufgebaut worden und ja es war aber die tische aufzubauen aber das war jetzt nicht ja und dann kofi der erst die hurricane runner versucht hat dann gekontert wurde in dieser palm also ich fand das war schon cool gemacht und auch dass kofi da danach das zählt und wirklich regungslos liegen bleibt bis man ihn halt nicht mehr sieht ich finde der opener ist noch eines der dinge bei der show wo ich jetzt nicht so viel auszusetzen habe es war jetzt kein highlight oder so aber es war in ordnung und cesaro nakamura wirken auch noch relativ ja legit sagen wir es mal so also aber mal was rein interpretieren er lag da so schön du hast es schön beschrieben er lag da so regungslos tot bis er dann halt nicht mehr zu sehen war und man weggeblendet hat und sein freund sein tagteampartner hat sich einfach nicht um ihn gekümmert sondern war einfach nur schockiert davon dass sie die gürtel verloren haben uhr differenzen ich will mal ein bisschen story hier einbringen sorry lasst mich ich hätte diese beiden teams sehr gerne in einem singles match gegeneinander gesehen tables matches limitieren die match psychologie haben wir jetzt schon ausgeführt und es gab eben viele von diesen spots wo ich fand das dann alle irgendwie ein bisschen unglücklich aussahen und es ist halt auch irgendwie immer doof wenn du halt ein match um einen tablespot aufbaust machst doch vielleicht von mir aus so dass du quasi so eine art two out of three falls draus machst das heißt du musst deinen gegner irgendwie mindestens zweimal durch den tisch schauen dann musst du nicht die ganze zeit dann irgendwie den gegner neben den tisch werfen oder so aber der finale spot das habt ihr auch schon angesprochen den fand ich auch cool der hatte impact und ich hätte nicht gedacht dass er durchgeht dass wir jetzt neue champs haben so be it die tagteam titel sind jetzt nicht so viel wert eine richtige fehde gab es jetzt hier im voraus auch nicht es ist ein weiterer titelwechsel und jetzt gucken wir mal wie das da weitergeht wir waren im backstage nikki cross alexa hat übrigens noch deutsch geredet das wollen wir mal erwähnen hier als deutscher wrestling podcast ich habe mich zugehört hat er gesagt ich weiß es gar nicht auf jeden fall hat er eins zwei sätze auf deutsch noch zu den kommentatoren danach gesagt und das hat mich natürlich gefreut hat er gesagt der landfunk ist hier ich glaube nicht ich glaube das hat er nicht ausgepackt aber vielleicht gibt es ja leute im chat schreibt gerne mal vielleicht wisst ihr noch die worte genau nach diesem soliden opener waren wir dann backstage mit nikki cross alexa bliss und den kabuki warriors alle sprachen nikki cross mut zu nikki fühlte sich unbesiegbar und sie war jetzt auch gefordert denn sie traf auf bailey es ging um den smackdown women's title cross brachte relativ schnell ihren neckbreaker durch machte richtig dampf zeigte wirklich viele viele moves es reichte aber immer nur zu diversen near falls berlin nahm dann den wind aus den segeln es wurde langsamer und es wurde dann auch ordentlich gegen das plexiglas geschlagen von den performance center rekruten irgendwie ist auch in jedem match eine aktion von den performern gegen dieses plexiglas durchgegangen das kam ja es kam dann dazu dass es dieses große comeback von nikki cross geben sollte das kam immer so halb beide kamen dann noch mal zu near falls sasha banks und alexa bliss die waren beide am ring wollten ihre freundinnen zum sieg pushen und sasha banks konnte dann auch entscheidend eingreifen sie reichte unbeobachtet vom ref ihren schlagring diesen boss schlagring an bailey weiter die setzte den ein und holte sich dann den sieg gegen nikki cross die beiden women's tag team champions halten zusammen und bailey verteidigt hier chris ihren titel also die motivationsrede vor dem match fand ich erstmal cringe irgendwie und du hast die story des matches erwähnt bailey die halt arrogant ist und cross am anfang nicht ernst nimmt und ich fand sogar dass die anfangsphase wie bailey das dann zur last gefallen ist im endeffekt gut umgesetzt war so dieser spinning neckbreaker near fall hat irgendwo auch funktioniert ich finde dass michael cole auch einen guten job am kommentatorenpult gemacht hat um das halt so zu hypen aber danach ist das momentum auf jeden fall raus gewesen also anfang gut was danach kam überhaupt nicht mehr gut für mich persönlich und da war der chris weg hallo chris chris bleib bei uns lass mich nicht allein hier bitte tu mir das nicht an vier uhr morgens das internet bei chris sagt nichts mehr björn dann nehme ich die einfach mit rein chris hat surrendered wie hat dieses match gefallen ja ich kann mich fast bei chris nur einhaken ich fand sogar die anfangsstory die man versucht hat zu erzählen also samt der kurzen promo davor wo sie nikki motiviert haben alles drum und dran und dann ja bailey zu arrogant war das war noch gut gemacht ja danach haben wir ein typisches nikki cross match gesehen die mich dann leider überhaupt nicht mehr abholt und das finde ich ähm ja ja wäre schön für eine wochen show vielleicht ne um das match aufzubauen aber nicht um es mein pay-per-view abzuschließen so leute der fiend hat mich kurz der hat mich kurz in den sumpf gezogen aber ich hab's rausgeschafft oh wo wurde ich denn unterbrochen hast du noch beide augen oder ja ich hab sogar noch beide augen ich glaube ich würde jetzt einfach mal behaupten björn hat die äh hat deine meinung eigentlich so weiter ausgeführt wie du es auch ausgeführt hättest vielleicht ganz kurz meine zwei cent dazu ich fand das match insgesamt wirklich auch von anfang bis ende insgesamt okay nicht mehr und nicht weniger mir ging es am ende ein bisschen zu lang das würde ich vielleicht kritisieren also insgesamt haben wir eine matchzeit stehen von zwölfeinhalb minuten streich vielleicht noch mal zwei minuten aber ansonsten der anfang hat mich abgeholt äh und dann auch die match story selbst fand ich in ordnung dass ja finish äh es sind halt hier jetzt ist es wwe äh dafür war es dann in ordnung äh na nicht entschuldigen jetzt hier bitte ja und deswegen kam ich trotzdem insgesamt damit klar das war kein groß aufgebautes pay-per-view match das war ein übergangs pay-per-view match und da kann man es von mir aus äh auch so lösen das hier fand ich eigentlich wirklich ja grundsolide hier hat noch jemand geschrieben aim main im chat chris wurde von chris entführt ja stimmt bronstromans style das kann natürlich auch sein ja ich finde hier hat das finish festival an diesem abend angefangen das erste komplett unnötige unkleane finish und ihr wisst es alle dass ich überhaupt kein fan davon bin weil es einfach der matchqualität schadet und ich nenne das ab jetzt auch einfach mal also jeder der unsere raw versus nitro podcast hört der weiß das ist eigentlich das chris finish aber das hier ist auch ein raw versus nitro podcast ja das stimmt eigentlich ich finde das sollte nicht meinen namen tragen diese art von finish ich nenne es ab jetzt meinem gimmick entsprechend minus fünf sterne finish das war das erste in diesem abend und äh ich werde das jetzt etablieren ich finde halt einfach bailey kann so ein match doch einfach mal clean gewinnen und gut ist und deswegen das match insgesamt wie gesagt gute anfangsphase dann ziehe ich mich den bach untergegangen war eher so la la für mich können wir vielleicht die kategorie einführen top fuck finish des abends war dann das beste fuck finish des abends weil es doch am realistischsten war weil ich meine es ist ein heal sie bekommt den ring zugereicht schlägt damit zu und der ringrichter hat es nicht gesehen damit kann ich noch am meisten leben von allen finishes die wir heute abend haben von daher würde ich sagen war das top fuck finish nummer eins naja wobei eigentlich müssen wir es auf den letzten platz setzen oder ich weiß nicht wie man das dann wertet halt so weißt du was ist das beste total geil zu sein als fuck finish oder total abzufucken als fuck finish es waren zwei sterne zwei sterne fuck finish zwei sterne fuck finish äh ja es gab ein kurzes firefly funhouse segment äh diesmal im horror funhouse mit dracula wyatt und rabbit spielte das falsche tape ein und zwar vom karaokesegment von smackdown äh huch wie peinlich aber wyatt freute sich schließlich darauf bron strowman zurück an seinem sumpf begrüßen zu können wo alles begann yaoi wowi und es gab das war der horrormoment des abends muss ich sagen das war der horrormoment des abends als auf einmal das eingespielt haben wieder von den äh highlight des abends karaoke karaoke ja nicht der highlight des abends sondern das war der horror für mich des abends da haben es endlich mal wenigstens ihren namen recht geworden ich war jetzt mal im ernst also das fand ich tatsächlich unterhaltsam dass man das eingebaut hat dass man sich darüber lustig gemacht hat und dafür hat sich dieses segment im endeffekt sogar es ist total lustig dass man sich das eigene produkt lustig macht ja das war super war spaßig also wenn man über irgendwas lachen konnte bei dieser show dann vielleicht sogar noch darüber auch wenn das natürlich eigentlich auch ein trauriger es wäre lustig gewesen wenn die aew das gemacht hätte und das als so als horrorsenario eingeblendet hätte weißt du so das wäre lustig gewesen aber sich ein eigenes produkt ja lustig zu machen ähm spricht vielleicht von dem humor von vins aber nicht von meinen es fiel im zusammenhang mit dieser promo von einem der kommentatoren übrigens die line the worst is yet to come und ich kann euch bestätigen dieser mann ich weiß leider nicht mehr genau wer es gesagt hat er hatte total recht es ging weiter mit dem united states titel match dachten wir zumindest das hat man bis zuletzt für den pay per view beworben mvp kam mit bobby lashley heraus machte ein paar witze hatte auch den ja neuen us title der war außerhalb des rings aufgebaut den hat er ins visier genommen und meinte tja apollo ist nicht da ich bin neuer united states champion schnappt sich den gürtel feiert seine musik spielt er geht und nein ich weiß nicht ob er jetzt united states champion ist wwe hielt es auch nicht für nötig uns das zu erklären wäre nicht der moment ist gewesen wo jetzt dann die musik erklingt und ein general manager rauskommt und die situation aufklärt ach wir haben keine mehr die sich irgendwie öffentlichkeit darum kümmern wie was gebuckt wird oder entschieden wird schade schade aber auch ähm von daher würde ich sagen ja dann ist jetzt mvp hat einfach die rechte dazu und sie hat sich selber zum worst champion ernannt ich meine er hat ja eh den titel schon die letzten drei wochen durch die gegend getragen von daher macht es jetzt auch keinen unterschied mehr apollo cruz ist einfach von der bild vielleicht verschwunden warum weiß kein mensch angeblich jetzt weil er verletzt ist von diesem segment was man aber auch nicht so richtig dann quasi nochmal gezeigt hat weil ich kann mich daran nicht erinnern dass es irgendwie dass er so hart abgefertigt worden wäre oder so ich weiß es nicht da gab es doch nur diesen full nelson oder mehr gab es doch nicht es gibt gerade auch leute die im chat schreiben cruz vielleicht corona und so weiter das ding ist selbst wenn das so sein sollte ich wüsste nicht warum man es nicht einfach dem zuschauer sagt ich wollte gerade sagen haben wir da draußen ich meine ich weiß nicht ob die wwe das mitbekommen hat aber ich denke dass die leute weltweit mittlerweile mitbekommen haben in was für einer situation wir leben und wenn man jetzt einfach sagt apollo cruz kann nicht antreten wegen corona dann ist das das eine wenn man dann noch sagt okay weil er seinen titel nicht verteidigt dann müssen wir ihn abgeben dann ist das sogar noch ein ziemlich assiger move muss man sagen und da könnte man dich noch dafür kritisieren so müsste eigentlich die wwe sich jetzt eigentlich am montag hinstellen und dann müsste ein general manager rauskommen ein face general manager in anführungszeichen und sagen ey ne das geht so nicht und der ist wegen corona leider zu hause und deswegen kann er einfach nicht antreten und deswegen wird es hier keinen titelwechsel in fortfall geben und das match wird neu angesetzt für den summerslam mach dich bereit Bobby Lashes nach dem Motto und alle jubeln den face general manager zu und sagen ja cool gemacht hat sich für Apollo eingesetzt ist toll aber tatsächlich tut man es einfach verschweigen und lässt die Zuschauer im dumm dastehen ich schaue gerade übrigens auf der Website da ist Apollo Crews noch als WWH als United States Champion gelistet da ist Asuka auch noch als Raw Women's Champion gelistet aber das eigentlich alles soweit schon aktualisiert also Nakamura und Cesaro sind Tag Team Champions die haben nicht so viele Mitarbeiter die können natürlich gleichzeitig aktualisieren das funktioniert Server überlastet A-Main übrigens mit dem nächsten klasse Kommentar im Live-Chat Apollo hat seinen Titel aus den Augen verloren ja da hat er recht also man erklärt ja wirklich wochenlang nicht warum Apollo weg ist und jetzt nimmt man auf einmal diese Verletzungssache und bringt das Match nicht mehr also ich finde das halt auch alles absolut konfus ihr habt das schon erläutert und auch das MVP jetzt selber entscheiden kann dass er US Champion ist und keiner weiß wer ist eigentlich Champion erinnert mich auch so ein bisschen an WCW-Zeiten wo wir gerade sind ja das ist kein Booking was ich so irgendwie sehen möchte weil es mich einfach nur verwirrt The worst is yet to come ich erinnere euch nochmal dran es war 1.48 Uhr und damit Zeit für das Eye for an Eye Match der Ringsprecher verkündete auch nochmal ganz normal als wäre es ein Submission Match oder so während die Kommentatoren große Augen machten ich war noch gar nicht ready ich war noch gar nicht ready ich hab mir gerade eine schöne Schnitzel gemacht in meinem Heißluftbackofen weißt du so und wollte gerade anfangen zu essen und dann kommt das Eye for an Eye Match dachte so nee wenn es jetzt eklig wird dann kriege ich aber Ärger hier der Ringrichter verkündete nochmal in aller Ruhe der einzige Weg um dieses Match zu gewinnen ist den Augapfel des Gegners komplett aus der Augenhöhle herauszulösen und Seth Rollins kam zum Ring mit einer Zange bewaffnet das letzte WWE Match von Seth Rollins mit Werkzeugen das endete nicht so rosig das Match war live es war nicht aufgezeichnet Byron Saxton wusste nicht wie er diese Stipulation erklären sollte dabei dachte ich mir so schwer ist es eigentlich gar nicht es ist halt nur ziemlich abartig Ray Mysterio war dann auch am Start holte sich eine Stahlstange Seth Rollins ein Kendo Stick und dann gingen sie aufeinander los Rollins schrie ganz besessen ich hole mir jetzt das Auge und dann wrestlten sie wie in einem normalen Wrestling Match setzten dann hier und da ein paar Gegenstände ein Rollins versuchte Ray dann mit dem Auge gegen die Ringtreppe zu drücken wollte ihm dann sämtliche Gegenstände ins Auge drücken sie selten dann später auch jeden Bump so dass sie ausgerechnet als sie zum Beispiel aufs Kommentatorenpult fielen sie fielen dann halt nicht auf die Fläche des Kommentatorenpults sondern in diesem Match ausgerechnet immer auf die Kante so dass das Auge dann in Mitleidenschaft gezogen wurde die Werkzeuge kamen dann zum Einsatz Pinfalls und so weiter gab es logischerweise nicht es wurde dann weiter gerasselt Ray Mysterio zeigte Cross Bodies und Head Scissors Überraschung damit konnte er nicht das Auge von Rollins entfernen Mysterio zerbrach dann einen Candlestick und nahm oh der war gut sorry und nahm dann die nahm den Candlestick zerbrach ihn und hat ihn dann quasi wie so eine Grillzange benutzt und wollte Rollins das Auge herausziehen und das wahrscheinlich dann Medium Rare durchmachen keine Ahnung ob das mit einem Auge geht Ray brachte sogar dann den Curbstomp durch cooler Moment drückte Rollins in die Ringtreppe aber Rollins wehrt sich mit einem Low Blow zeigt dann selbst den Curbstomp drückt Ray Mysterio in die Ringtreppe Ray Mysterio hält sich das Auge und kippt um er meint er braucht einen Doktor er hält sich das Auge der Ref sah nicht so wirklich was Samoa Joe meint ganz trocken am Kommentatorenpult it's out und dann beendet der Referee das Match es gibt kein Blut man sah ganz kurz da gibt es so ein Screenshot auf Twitter man sieht ganz kurz ich kann das euch hier im Stream im Livestream ich kann euch das mal einblenden es gab dann ganz kurz einen von diesen hier zu sehen es gab dann eins von diesen Plastikaugen zu sehen die eigentlich irgendwie noch im Herbstsortiment bei den ganzen Billigdiscountern rumliegen das gab es dann noch zu sehen und dann wurde Ray Mysterio Backstage befördert Seth Rollins musste sich natürlich noch übergeben er erbrach auf den Hallenboden und ja es wurde dann gesagt ja Ray Mysterio hat sein Auge verloren wird jetzt ins Krankenhaus gebracht das war das Eye for an Eye Match Björn hast du nach diesem Match große Augen gemacht du hattest Unrecht Björn du hattest Unrecht ja es ist die Frage hatte ich denn wirklich Unrecht Chris oder hatte ich nicht Unrecht weil ich habe gesagt wir werden ich habe gesagt wir werden nicht sehen wie ein Wrestler einen anderen Wrestler ein Auge aushöhlt und das haben wir auch nicht gesehen weil effektiv hat doch einfach nur Seth Rollins das die Augen das Auge auf die Ringtreiber gedrückt so wie wir es auch vor zwei drei Wochen gesehen haben und deswegen fällt das Auge ja eigentlich nicht raus stattdessen man hätte jetzt irgendwie das ganze Knochengewirbel rum herum irgendwie ausgehöhlt und weggebrochen damit oder so es ist rausgefallen es ist nicht rausgefallen du bist es eigentlich come on es war kein Auge zu sehen natürlich ich habe dir den Screenshot auf Twitter geschickt es gibt einen Screenshot ja ich habe den ja auch gesehen aber come on deswegen also ich bin mir ziemlich sicher also ich möchte sagen ich habe komplett recht gehabt aber ich habe auch nicht wirklich Unrecht gehabt du hast gesagt Dominik greift einen es gibt einen No Contest oder so wo war der überhaupt der kam danach raus wo war der überhaupt ich habe den total inbegriffen dieser ganzen Storyline auch in den Promo-Videos davor er wurde richtig gefeatured ich dachte okay mit Dominik passiert heute einmal auf jeden Fall was gucken wir mal was passiert dazu und dann ist er einfach gar nicht da effektiv also im ganzen Match was soll das denn und dann kommen wir zu diesem Finish also ja ich habe gerade eben schon gesagt ich finde es sehr unlogisch dass daraus warum jetzt auch immer das Auge deswegen jetzt rausgefallen ist oder was auch immer ich möchte nur eine einzige Sache lobend erwähnen was ich wirklich ekelig an diesen Abend fand und der überzeugendste Effekt für mich war und ich nicht weiß wie er umgesetzt war weil man nicht gesehen hat dass sich Wallace irgendwas in den Mund gesteckt oder sowas hat aber wie er es geschafft hat sich dort zu übergeben ähm das war schon das sah schon real aus muss ich sagen und fand ich sehr ekelhaft ich habe jetzt gerade übrigens mal den Screenshot eingeblendet im Livestream für alle die es interessiert das war zu sehen das ist dieses Plastikauge Belegauge was auch immer ich finde es faszinierend was für eine präzise chirurgische Arbeit Seth Rollins da vollendet hat weil es gar nicht geblutet hat so wirklich er hat es wirklich tut es nicht weh auch das Auge dann drauf zu drücken dann halt es brennt doch halt immer also wenn ich mich wenn dir jetzt jemand das Auge rausreißt was würdest du machen du würdest sicher nicht wegwerfen also ich habe sowas ich habe sowas schon im Echt gesehen halt so denn eine solche Szene gab es ja schon im Pro Wrestling wie wir schon mal erfahren haben ähm und derjenige hat sich glaube ich nicht sein Auge festgehalten er hat es wieder versucht reinzudrücken oder? ja so so halb ja so ja hast irgendwie schon recht na komm man hört mir auf in diesem Match war das größte Problem für mich dass dieses Suspend Your Disbelief womit Wrestling funktioniert zu keiner Sekunde möglich war ich konnte zu keinem Zeitpunkt vergessen dass es gespielt ist dieses Match war für mich ein klassischer Fall von wir setzen es einfach mal an Gedanken machen wir uns später oder halt auch gar nicht das Finish ohne wirkliches Auge dafür mit Kotze man sah wohl eben ganz kurz war es echte Kotze? war es echte Kotze? oder hat er irgendwas schnell zu kauten? selbstverständlich keine echte Kotze echte Kotze gibt es nur von mir nach dieser Review ich bin mir da nicht sicher möchte ich sagen ich bin mir da nicht sicher ich bin mir da sehr sicher dieses Finish war faul es war unkreativ es war überraschenderweise nicht das schlechteste Finish bei dieser Show und das sollte vielleicht auch mal noch eine Warnung übrigens sein wenn das wenn du das jemandem zeigst der nicht aus der Hardcore Wrestling Bubble kommt er wird dich auslachen nach Möglichkeit komplett den Kontakt mit dir abbrechen und nie wieder mit dir reden das war nix knapp 18 Minuten für ein 3 Euro Plastikauge von Penny ich bin ehrlich dieser unsägliche Blödsinn hat für mich nichts mit Pro Wrestling zu tun und auch ja die beiden haben hier ein bisschen gecatcht zwischendurch ich hätte sehr gern ein Singles Match von den beiden gesehen ich glaube das hätte wirklich gut werden können dieses Match hier tut mir leid kann ich nicht mehr zu sagen wir sind ein professioneller Wrestling Podcast deswegen muss ich die Frage stellen war das jetzt das Ende der Storyline und wenn ja wer ist jetzt davon glücklich nach Hause gegangen also ist die Zuschauer jetzt glücklich dass Ray ein Auge verloren hat oder geht es jetzt noch weiter weil eigentlich habe ich jetzt warte ich immer noch auf den Moment wo dann eigentlich Ray jetzt irgendwann mal rüberkommt und Rache nimmt oder irgendwas passiert ich weiß nicht ob er Ray wiedersehen bei WWE ich glaube der wird bei Raw einfach man hat es doch später noch Backstage angedeutet dass er ja anscheinend bald wieder auch doch das mit dem Sehen klappt er war auf jeden Fall auf jeden Fall man hat ein Statement auf Twitter veröffentlicht er ist ins Krankenhaus gekommen und man untersucht ihn jetzt auf eine Netzhautablösung Leute steckt ihm das Auge wieder rein okay ich verliere auch noch mal meine paar Cent zu diesem Match also Tobi ich würde dir zustimmen dass es einfach überhaupt nicht möglich ist hier ein gutes Match abzuliefern weil du halt so ein Payoff hast und dementsprechend fand ich das Match auch von der Qualität her schwach und ich kann auch nicht verstehen warum Leute hier sagen ja das war eigentlich bis zum Finish gutes Wrestling also ja natürlich hat man Elemente reingebracht aber trotzdem war ja das ganze Prinzip des Matches okay sie gehen nur aufs Auge und das ist für mich kein Wrestling Match in diesem Sinne dann gewesen und das finde ich selbst war dann auch irgendwie so ein bisschen lame nach all dem Tamtam für mich persönlich weil wir es halt schon mal gesehen haben war mir aber klar als rechts oben live stand ja das kann schon sein natürlich dieser gefakte Augeabfüll schrecklich auch wie Rollins sich übergibt und ich habe mir auch nur die Frage gestellt was ist eigentlich Wrestling zu Recht sollte man mit mir den Kontakt abbrechen wenn man weiß dass ich sowas gesehen habe das war absoluter Bullshit ich kann es nicht ernst nehmen und das Traurigste ist halt ein normales Wrestling Match zwischen den beiden hätte echt cool werden können aber ich sage es nochmal WWE möchte das einfach nicht das Geilste an diesem Finish fand ich immer noch am besten irgendwie dass es endlich jemand geschafft hat nach all dieser Zeit im Match jemand sein Auge quasi so zu verletzen also in dieser Position zumindest zu haben dass man das Auge verletzen kann und kaum hatte der Smallins das Auge dann raufgedrückt hat er auch noch zwei Sekunden schon wieder losgelassen und ich dachte ist der bescheuert warum geht es doch jetzt in dem Match hört der jetzt einfach wieder auf aber da hat er wahrscheinlich schon gesehen dass das Auge schon rausgetrennt war wie auch immer das funktioniert hat guck mal hier gibt es auch noch einen sehr schönen Live-Chat-Kommentar von Maif 135 die WWE hat ihren Status als Wrestling-Satire endgültig gefestigt ja das kann man nach so einem Match definitiv festhalten oder? ich bin ehrlich das hier hat mir auch ein bisschen die Vorfreude auf das genommen was danach kam es ging dann nämlich weiter mit dem Raw Women's Championship Match Sasha Banks traf auf Asuka und ich musste mich erstmal so ein bisschen so ein bisschen schütteln das war wie so eine kalte Dusche ich wusste dass ich von diesem Eye for an Eye Match nicht ganz so viel erwarten sollte und trotzdem war es dann am Ende echt so ein bisschen arg merkwürdig nun dann gehen wir hier ich muss aber sagen ganz kurz ich habe mir vor dem Match gedacht danke es geht endlich um Wrestling aber das war dann auch Pustekuchen Tobi erzähl ruhig weiter Sasha Banks ist gut in das Match reingekommen konnte relativ schnell ihren Bank Statement ansetzen es war dann hier und da ein bisschen unsauber aber sie wurden dann doch besser Nearfall nach einem Frog Splash von Sasha sie setzt wieder den Bank Statement an Asuka erreicht das Bottom Rope kam dann selbst zurück holte sich den ein oder anderen Nearfall und das Match spitzte sich zu es wurde immer dramatischer die Moves wurden dramatischer inszeniert es gab dann auch einen Versuch von Asuka einen German Suplex vom Top Rope zu zeigen gegen Sasha Banks die drehte sich aber in der Luft verpasste kurz darauf eine Aktion von den Seilen weil sie abrutschte sie zählte ihr Knie ich habe das für eine kurze Sekunde als echte Verletzung gekauft good job Sasha schubst dann aber den Referee weg und meinte ich werde der nächste Champion keiner wird mich davon abhalten Bayley hat dann außerhalb des Rings Kyrie Zayn mit einem Bayley to Belly geplättet im Ring kann Asuka den Asuka-Lock ansetzen Bayley schmeißt aber einen Tag-Team-Titel in den Ring der Ref ist abgelenkt und dann ist Bayley selber in den Ring gestiegen hat sich ein Kick von Asuka eingefangen während Sasha Banks vorher eigentlich schon abgeklopft hatte und der Ref ja sah dann nicht so wirklich was davon Sasha Banks und Asuka sind wieder aufeinander losgegangen Sasha Banks duckt sich und Asuka spuckt ihren Green Mist in die Augen des Referees er zählt es intensiver als Rey Mysterio der gerade sein Auge verloren hat Bayley griff ein mit einem Schlag mit dem Titel zieht sich selbst das Referee-Shirt an zählt den Pin lässt die Ringglocke läuten und verkündet dass Sasha Banks der neue Raw Women's Champion ist ich ja habe WCW gesehen und reviewed für Raw vs. Nitro die neue Folge erscheint am Mittwoch bei uns auf Patreon ihr seid aber noch nicht im Jahr 2000 angekommen richtig aber ich weiß dass die WCW in den Jahren 2000 und 2001 aufgrund von diesen Booking-Entscheidungen zugrunde gegangen ist und ich habe wir haben das vor diesem bevor wir in die Aufnahme gegangen sind wenn ihr den ganzen Stream sehen wollt mit allem was wir davor sagen und mit FAQ danach und so weiter den ganzen Stream gibt es auch auf Patreon wir haben da vorher schon gesagt wir wollen uns gar nicht mehr so drüber aufregen und ganz ehrlich ich kann mich hier auch nicht drüber aufregen das war gutes Wrestling doch 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 es war das kriege ich noch hin aber mach erstmal es war für den Teil für den die Performer zuständig waren für das Pro Wrestling im Match war es gut und es wurde immer besser für den Teil für den WWE zuständig ist das Booking war es hatte nichts mit Wrestling zu tun es war eine Karikatur von Pro Wrestling ist nicht ernst zu nehmen und hat natürlich das ganze Match runtergezogen was ich schade finde weil Asuka und Banks wirklich auf gutem Wege waren hier was auf die Beine zu stellen und ich hätte echt nicht gedacht dass dieses Finish mich mehr abfacken würde als das Finish vom Eye für ein Eye Match aber GZ WWE Glückwunsch also siehste der Chris kann sich drüber aufregen noch das kann er gleich auch gerne machen ich tue es da vor erste Sache damit ich auch was zum Match beigetragen habe ja diese Sache mit dem Abklopfen warum hat der Ringrichter das eigentlich nicht gesehen weil er war ja weder abgelenkt sondern hatte eigentlich noch freien Blicken und alles drum und dran jeder in dieser Halle hat es gesehen nur der Ringrichter nicht das war einfach total schlecht umgesetzt und hat einfach irgendwie das Timing nicht gestimmt von Ablenkung zum zum Abklopfen wie auch immer ja und dann kommen wir zum Finish und da sind wir dann halt wirklich bei der WCW 2000 angekommen und du hast es schon angesprochen das war eigentlich auch der Niedergang warum auch die WCW untergegangen ist weil sie versucht hat ja komplett over the top zu gehen und ja bloß nichts mehr normales zu bringen und die AEW zeigt es ja vielleicht so ein bisschen ich bin ja kein AEW Fanboy und verfolge die schon noch nicht bei sowas aber wir kommen es natürlich trotzdem so von Außenstehenden mit da konzentriert man sich auf das Wesentliche nämlich auf Wrestling und auf normale Fanchises und alles drum und dran okay das vielleicht streiche ich dann halt so aber ich kann es ja nicht bestätigen weil ich es selber nicht zu 100% nachverfolge halt so das ist das was ich quasi von Außen mitbekomme und ja ich weiß nicht ob die WWE einfach aus der Vergangenheit nicht gelernt hat denn genau das war ja auch das gewesen was sie damals zurück auf die Erfolsspur gebracht hat und die WCW sich damals in den Tod gebuckt hat mit diesem kompletten Overbooking von allen möglichen Matches und ja das hat man dann hier leider auch betrieben und ich habe es schon auf Twitter angekündigt ich hoffe dass einer von euch beiden ein Regelbuch parat hat ähm denn ich habe jetzt mal eine Frage darf jetzt einfach dort jetzt äh eine Außenstehende Person sich einen Ring Leibel anziehen und Gegenfrage ist es nicht einfach völlig egal doch es geht hier um den Titelwechsel wir reden ja nicht davon dass es jetzt hier einfach um eine Verteidigung ging sondern würde man sagen okay im Nachhinein die Q fertig aus weißt du so aber es geht ja hier um den Titelwechsel also ist der Titel jetzt gewechselt haben wir jetzt einen neuen Championess ich glaube nicht das wird man halt auch bei Raw Smackdown was Raw Smackdown Titel Raw Titel was genau wird man erklären ja das ist ja eigentlich gar nicht erlaubt gewesen und Jonathan würde Jonathan würde jetzt sagen ja warten wir es doch erstmal ab was die WWE daraus macht ja wir sind ja hier nicht bei einer gewissen anderen Company wo ich das sagen würde deswegen ich möchte trotzdem nochmal kurz auf das Match eingehen weil wenn ich gutes Wrestling sehe dann will ich das auch belohnen und wir hatten hier wirklich schönes Mad Wrestling am Anfang Contra Wrestling reingebracht cooles Abmission Phasen auch diese Art Butterfly Lock von Sasha Banks die hat auch versucht die Finger genau zu bearbeiten und auch diese diese Germans mit denen man viel gespielt hat Impact hinter den Aktionen ja ein paar Fuck Ups du hast es schon erwähnt Tobi aber insgesamt haben wir hier bis zum Finish eigentlich gutes Wrestling bekommen und dann ja immer wenn wir gutes Wrestling bekommen denkt sich die WWE nee 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 das wollen wir ja nicht und deswegen gibt es Overbooking des Grauens natürlich mein allseits berüchtigtes minus 5 Sterne finde ich und ja ich finde halt das Booking ruiniert dieses Match weil ich kann dieses Match nicht als gut bezeichnen weil die letzten Minuten halt der Höhepunkt sein sollen und vielleicht kann man das auch so ein bisschen vergleichen mit einem Song weil viele Leute verstehen das manchmal nicht wenn ich das sage aber nehmen wir jetzt zum Beispiel mal einen Rap Song es gibt Hook oder ein Refrain von irgendeinem normalen Song und es gibt die Parts und wenn du eine Hook hörst die du einfach nicht cool findest die sich mehrmals in diesem Song wiederholt aber die Parts irgendwie gut sind dann sagst du auch nicht oh geiler Song feier ich sondern die Hook ist wichtig und genau so kann man das auch auf die letzten Minuten von einem Match übertragen und ja genau also ihr habt ja über das Finish generell schon gesprochen dass Bailey da einfach Ref sein kann und nur wegen dem T-Shirt das Match jetzt entscheidet es ist eigentlich schaunhaft auch hier bräuchte es ein deeper Witz ein deeper Witz von Chris mit der Hook weil wegen Captain Hook und ein Auge und so weißt du oh ja da habe ich nochmal eine Auge auch hier also ich ich würde auch gerne mal ganz kurz einen Tweet von Voices of Wrestling zitieren der wie du das schon angesprochen hast getweetet hat eines der schlechtesten Finishes ever und er redet nicht vom Augeapfel finde ich das sagt schon einiges aus auch weil wir vorhin mal so GM und so hatten auch hier könnte man eigentlich meinen es müsste irgendeinen Entscheider geben der rausgekommen und sagt nee das geht jetzt natürlich nicht aber nein du kannst bei WWE bei einer Storyline nicht immer mit Selbstverständnis eine Nachfrage stellen und wenn es um ganz banale Sachen geht und es ist WWE auch egal beim US-Titel man muss es nicht erklären weil man einfach man ist Marktführer das Publikum frisst wir alle schalten ein und das reicht und ihr fresst einfach das Produkt und gut ist ja du kannst aber du kannst der Marktführer auf dem Markt sein und die besten Fischprodukte verkaufen wenn du wochenlang den Leuten da mal faulen Fisch andrehst und die einfach zum Kotzen kommen werden die einfach irgendwann einfach nicht mehr zu dir kommen und einfach sich einen anderen Laden suchen und kann ich bei AEW unterkommen oder so also die Quoten die Quoten von Raw bestätigen zumindest dass der Fisch wirklich zum Kotzen ist das kann man wohl so sagen also die letzte Raw ausgabe ja ohne Konkurrenz das schlechteste Rating aller Zeiten aufgestellt ich sag mal so wenn ich diese Finishes hier sehe mich wundert's nicht also warum denn ich würde sagen Raw 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 hat sich ja auch übergeben das zeigt ja auch schon dass der Fisch auf jeden Fall schlecht ist Chris ich will dich ja eigentlich nicht alleine lassen aber vielleicht können wir ja einfach vielleicht können wir ja einfach das andere Produkt übernehmen und wir machen einfach eine Doppelte Review und tun die quasi abwerten und schicken die dann zu dem Main Produkt oder Tobi und TJ haben ja eine eigene Meinung auf die Show und dann laden wir einfach nochmal eine AEW Dynamite Review hoch und geben eine andere Perspektive ja das wäre auch nicht schlecht also was halt so hätten wir vielleicht neue Podcaster ist jemand im Chat bereit vielleicht die War und Smackdown wie bist du ich nehme New Japan dann da können wir gerne noch hinzufügen weil wir übrigens angefangen haben diese Awards für die absoluten Fuck-Finishes zu verteilen das hier war glaube ich All-Time wirklich relativ weit vorn muss ich sagen also ich muss sagen der Fiend und Seth Rollins bei Hell in a Cell das war ein guter Vorleger das Eye for an Eye Match war das ein Match das ist das Problem das muss ich jetzt wissen um das in die Wertung aufzunehmen war das Main Event ein Match gewesen weil dann war das für mich Platz 1 ansonsten war das hier eigentlich Platz 1 aber es waren nicht 5 Sterne ich muss sagen Chris da gibt es da hast du WCW noch nicht geguckt da kommen noch viel viel schlimmere Sachen also da kann ich dir sagen da muss noch abgehärtet werden sagen wir mal 4 Sterne 4 Sterne 4 sogar nur 4,5 oder so ne da geht noch mehr da geht noch deutlich mehr ich bin gespannt wir halten fest bis hierhin war die Show zumindest in meinen Augen ein gutes Argument dafür Gott warum ich doch relativ gern auch über AEW spreche das hat auch nichts mit einem Bias oder so zu tun sondern wirklich einfach mit meiner Grundüberzeugung was mich zum Pro Wrestling Fan gemacht hat und damit hatte diese Show relativ wenig zu tun es gab ein Titelmatch als nächstes ein weiteres Titelmatch es ging um den WWE Championship Titel Dolph Ziggler traf auf Drew McIntyre beide kamen heraus es gab die Introduction und dann meinte Dolph Ziggler so Leute meine Stipulation und die war basically für ihn gelten Extreme Rules für Drew McIntyre gelten normale Regeln also Dolph kann machen was er möchte und Drew darf eben nur nach den Regeln eines normalen Matches spielen wollen wir das loben wollen wir das loben weil es war ja es war nicht ganz so dumm wie wir es erwartet haben come on also wir haben wirklich erwartet er macht einfach Extreme Rules Match für beide ich dachte auch übrigens dass er aufhört bei Extreme Rules ich war mir sicher er hat eigentlich gesagt Extreme Rules Match und da dachte ich das haben wir doch erwartet komm von daher müssen wir eigentlich loben was danach noch gekommen ist ich meine klar man kann natürlich auch sagen im Nachhinein er hätte sich ja noch viel logische Sachen ausdenken können aber in der Welt in der Blase geht das klar aber in der Welt in der Blase war das schon wirklich gar nicht dumm Dolph Ziggler Daumen hoch dafür ja das war keine dumme Stipulation die sich Dolph Ziggler hier genommen hat und letzten Endes das was als Stipulation drauf stand das war dann auch weitestgehend im Match drin also Dolph nutzte Gegenstände zeigte einen Low Blow gegen Drew Fameesser außerhalb des Rings Drew musste immer schauen dass er nicht ausgezählt wird und so weiter und Dolph zeigte dann den Zigzag beförderte Drew McIntyre auch durch einen Tisch außerhalb des Rings Drew quälte sich in den Ring und Dolph Ziggler schaut dann Drew McIntyre zu wie er sich in den Ring windet aber er hält ihn nicht davon ab obwohl er dann das Match gewonnen hätte weil Dolph muss ja nicht in den Ring er kann ja ausgezählt werden für ihn gelten die Regeln ja nicht es gab hier und da einfach so ein paar Dinge wo ich mir dachte anstatt jetzt einen Sleeperhold anzusetzen Junge dann nimm einfach Gegenstände und prügel den Typen so lange bis er nicht mehr aufstehen kann bei diesem Ten Count ich hab einfach eine ganze Zeit darauf gewartet dass es endlich er unter dem Ring geht und den Taser rausholt und ihn einfach umtasert halt so damit ich komplett in der WCW-Welt zurück bin halt so aber das passierte leider nicht aber sonst der Jette hätte noch rauskommen können ansonsten muss ich sagen fand ich das ein echt gutes Match und sowas und am Ende kann man sagen er war halt smart mit seiner Entscheidung die er getroffen hat aber er war halt nicht smart genug halt zum Beispiel den Claymore Kicker auszuschließen halt so wie wir es ja auch schon in der Europé-Video angesprochen haben das hat er halt leider nicht gemacht und das hat ihn als er Knick gebrochen halt so aber ansonsten war das fast das Wrestling Highlight des Abends möchte ich fast sagen also das war logisch gepuckt das war ich meine dafür dass wir alle Dolph keine Chance gegeben haben und jeder wusste wie dieses Match ausgeht also da war ja wirklich ja null Spannung jetzt drin das muss man ganz klar sagen ja aber um da mal vielleicht einzuhaken fand ich das trotzdem gut ja und trotzdem um da mal einzuhaken ich finde das war halt das Problem an diesem Match weil klar wir haben es alle erwartet aber die Spannung hat halt gefehlt das wäre meine Frage jetzt an dich gewesen du hast nämlich in der Preview gesagt du erwartest von dem Match dass man irgendwie es schafft dass Dolph Ziggler als glaubwürdiger dass du einen glaubwürdigen Titelwechsel hier erzeugst hat man das bei dir geschafft weil bei mir war es zum Beispiel auch zu keinem Zeitpunkt der Fall ich hab's nicht erwartet ich hab nur gesagt dass man das schaffen müsste um ein gutes Match also ein wirklich gutes Match zu kreieren was sich irgendwie abhebt und nein man hat es nicht geschafft irgendwie durch eine Dramatik in Form von Wrestling in diesem Match das zu verkörpern also mir haben so ein bisschen die Emotionen und Leidenschaft gefehlt aber trotzdem ja das war ein solides Match für mich ich bin jetzt nicht der größte Fan von diesen No DQ Stipulation Matches aber ich glaube objektiv gesehen werden viele Leute das vielleicht als gut bezeichnen können so wie der Björn jetzt zum Beispiel und ja wenn man das mit dem Rest der Show vergleicht dann ging das auf jeden Fall in Ordnung ich hab nur eine Regelfrage jetzt nochmal weil du McIntyre durftest ja keine Disqualifikation erlauben es ist dann sehr clever Leute auf dem Kompatatorenpult zu schleudern und alles drum und dran oder gegen die Plexiglasscheibe zu schmeißen und so ist das nicht eigentlich auch schon in DQ aber das passiert ja in jedem Singles Match achso okay da bin ich nicht so drin weil das ist ja auch so eine WWE nach Corona gab es kein Plexiglas sorry da war halt ja aber dann könntest du ja sagen gegen die Ringtreppe jemanden zu schmeißen genau bei WWE darfst du Leute gegen etwas werfen du darfst sie nur nicht durch etwas oder mit etwas bewerfen aber wenn er sich ich meine da war ja auch ein Tisch aufgebaut und da gab es ja auch diese Szene im Match wo er dann den Zuplex angesetzt hat und dann so ah ne ich mach ihn nicht durch den Tisch sondern mach ihn auf den Ringboden weil hätte er einen durch den Tisch gemacht wäre er disqualifiziert worden aber wenn er das nicht in den Kommentatorenpult macht dann ist es wieder in Ordnung weil es zu fester Gegenstand ist oder die verspielen ich glaube wenn er durchgekracht wäre dann wäre es vielleicht in die Q gewesen man weiß es ja nicht könnte man kurz mal hier mit einem Ringboden nachkommen also wenn er durch einen Kommentatorenpult geht dann ist es okay aber ein aufgebauter Tisch geht nicht Markus Holzer hat uns noch ein Bild geschickt ich guck mal kurz nach wir haben übrigens noch gar nicht über das Finish gesprochen Dorf Segler hat nämlich wirklich nochmal alles durchgebracht Famester, Zigzag und Nirenagi auf den Stuhl der fünften Famester übrigens am Abend oder so ich glaube der hat fünfmal den durchgebracht oder so das war unglaublich es gab trotzdem das Kickout bei zwei und dann meinte Segler warum stirbst du nicht einfach und dann war für alle Gegenstände aus dem Ring ließ sich Zeit brüllte die Leute an bekam ein Claymore Kickup und das war's ich fand bei diesem Finish sah Dorf Segler ein bisschen aus wie ein Geek aber für das was es sein sollte Drew McIntyre hatte hier ein Übergangs Pay-Per-View vor sich hat einen Sieg beim Übergangs Pay-Per-View bekommen sollte stark aussehen er sah stark aus es ging nicht um Segler es ging um McIntyre und für das was es sein sollte war das absolut in Ordnung und hier habe ich dann nicht so viel dran auszusetzen Dorf Segler ist eben kein Topstar weil er eben nicht smart genug ist seine eigene Stipulation gut genug auszunutzen stattdessen trotzdem irgendwann im Match ein Sleepout ansetzt ist er selber schuld kann McIntyre nichts dafür McIntyre kommt over und ja ist voll in Ordnung mehr erwarte ich gar nicht das war insgesamt vom Booking okay nicht mehr nicht weniger ist aber bei diesem bei diesem Niveau dieser Show tatsächlich schon herauszuheben wenn wir aber trotzdem ganz kurz ein bisschen schade ist dass man über ein WWE Title Match halt sagt ja gut Gegner kann man nicht so ernst nehmen das Match war aber okay und das reicht mir dann immerhin war der Gegner kein Tag Team ja das ist halt Leute sagst du im Ernst da sind wir im Jahr 2020 bei WWE angekommen ja ich weiß dreieinhalb Sterne bestes Match des Abends Highlight des Abends ich fand das sagt einfach alles das sagt einfach alles dreieinhalb Sterne war es für mich aber auch auf jeden Fall nicht nur mal so nebenbei und ich fand das Kickoff Match ehrlich gesagt auch ein bisschen besser immer noch also ich fand schon es waren solide drei bis dreieinhalb Sterne jetzt hauen wir hier Sterne Bewertung aus für mich war das ein solides zwei dreiviertel Sterne Match nö also ich finde die Story haben sie schon gut rübergebracht im Match schon alles rum und dran alles schön aber wenn du halt dreieinhalb Sterne als bestes Match des Abends hast und da keinerlei Spannung vorher drin lag in diesem Match dann sagt halt alles über die Show und wenn man dann über die Show Bewertung spricht später und da geht es dann halt bis zehn Punkte dann sind wir halt auch bei dreieinhalb und dann bist du halt echt abgefuckt Danke an lieber Biber für deine nette Spende dass wir hier um 4.35 Uhr sitzen und uns Menschen dafür Geld geben es ist uns eine Ehre ihr könnt eure Sterne Bewertung würde ich sagen einfach in die Kommentare schreiben ob das jetzt dreieinhalb Sterne sind oder nicht muss dann jeder mit sich selber vereinbaren das war das WWE Title Match und wie gesagt im Jahr WWE oder im Jahr 2020 ist es bei WWE hier schon ein Kompliment wenn wir sagen es war eben ein schlecht aufgebauter Challenger aber immerhin kein Tag Team damit Zeit für den Swamp Fight Main Event für den Main Event dieser Wrestling Veranstaltung übrigens es hätte kein passenderen Main Event für diese Show geben können das muss man mal sagen es war eine dunkle Kulisse und es sah aus wie beim Boneyard Match um euch gleich den Witt aus den Segeln zu nehmen das hatte nichts mit dem Boneyard Match zu tun der Start war 1 zu 1 Boneyard Match ich hab einfach nur gedacht du willst einfach die Charaktere auswechseln und du hast 1 zu 1 das Boneyard Match einfach gehabt ich dachte so okay jetzt war der gleiche Produzent und sowas halt so der war kreativ und hat gesagt komm den gleichen Quatsch machen wir noch einmal mit dem Nebel und im Auto reinfahren und so es war eine dunkle Kulisse und Bray Wyatt saß auf einem Schaukelstuhl und Braun Strowman fuhr hervor mit seinem Auto die Musik war bedrohlich und Strowman lief in Richtung Wyatt und hielt an und meinte ich bin zu Hause dann ging das Licht im Wald aus ich wusste gar nicht dass ein Wald eine externe Beleuchtung hat und Bray Wyatt war verschwunden Bray machte den Schaukelstuhl kaputt und ging in den Wald es gab Einblendungen von Schweinen und Hasen und Braun wurde dann von maskierten Männern attackiert und musste sich wehren aber er hat es auch geschafft sich gegen die durchzusetzen es gab dann war das die Ninjas oder wer war das ja das habe ich mir auch gedacht das habe ich mir auch aufgeschrieben ich dachte erst mal oh Gott was geht denn jetzt ab baut man jetzt die noch 20% Zeit was war der Kira da habe ich auch gefragt aber das hätte auch gepasst zum Abend oder also hätte man machen können aber wenigstens ein normales Match gehabt irgendwie es gab eine wenn irgendwie A2s noch rumgelaufen wäre ich hätte mich echt gefreut es gab eine Einblendung wie der Funhaus Bray im Funhaus war und sich selbst abfeierte und Braun Strowman lag dann am Boden und es tat sich ein Schatten auf und ihm gegenüber stand Braun Strowman nein ich habe mich nicht versprochen und zwar der Strowman mit Schafsmaske und dem Wyatt Attire und der Wyatt Family Strowman schlug den Universal Champion Strowman mit einer Schaufel auf den Kopf was storymäßig ganz cool war muss ich sagen also bei den ganzen was keinen Sinn ergibt doch ich fand ja wo ergibt es Sinn Björn ja es ist in dieser Wrestling Welt halt so es ist eine Wrestling Veranstaltung das hat also ich muss direkt schon mal sagen das hat mit einer Wrestling Veranstaltung und Wrestling Match hier hat nichts zu tun und wenn wir jetzt von einem reinen Segment reden Film wie auch immer es ist ein Science Fiction Film gewesen zumindest für mich ein logischer Storyline Twist den ich gekaut habe und also angenommen habe und gesagt habe okay damit kann ich leben halt so aber dann war es ja eher eine Traumsequenz wir sind aber hier nicht in dieser also um das schon mal vorweg zu nehmen wir haben hier mit Wrestling eigentlich nichts mehr zu tun über das was wir jetzt alles zu reden ist eigentlich außerhalb unserer Wrestling Bubble also das ist halt so es geht halt um ein Word-Tile ich möchte das nochmal klarstellen wir reden aber nicht über ein Match wir reden nicht über ein Match also ich möchte das festhalten auch wenn die WWE das Match bezeichnet wir reden hier nicht über ein Match wir reden hier eigentlich über ein schönes extrem langes War-Segment über ein schönes Segment reden wir nicht da werde ich gleich noch drüber sprechen ja ich wollte krass sagen und wie gesagt einer dieser Beteiligten ist dein World Champion den du verkaufen möchtest Braun Strowman lag am Boden ihm gegenüber stand Braun Strowman mit Schafsmaske und dieser ja Schafsmasken Braun Strowman hat den Universal Champion Braun Strowman mit einer Schaufel kaputt gematscht der aktuelle Strowman wachte dann gefesselt im Wald auf es ertönte die Musik des Sekten-Wiats und der zog dann eine Entrance-Version von ihm in der Fichtenwald-Edition durch und Bray meinte Welcome Home Braun wer gehofft hat wie gesagt dass das wie ein Boneyard-Match werden würde spätestens hier habt ihr gemerkt nein Bray hielt dann eine 6 Minuten lange Promo die 1 zu 1 wie diese Promos geschrieben war die ihn damals mit seinem Sekten-Gimmick keinen Schritt vorangebracht haben das waren die Promos wo wir immer am Ende gesagt haben ja wie er es vorträgt ist cool mit dem Inhalt können wir aber leider nichts nichts anfangen so und genau das hat er hier gemacht und dann waren 10 Minuten herum und der Status Quo Braun Strowman hat sich selbst gekidnappt und Bray hält eine Promo im Wald es kam dann ein Mensch mit Schlange herbei die biss Braun Strowman es wurde dunkel und dann ist Strowman aufgewacht an einem Lagerfeuer und dort hat er Menschen verprügelt war es jetzt Stake Robots oder war es das nicht? das glaube ich nicht ok ich dachte nur so weil ich schon als mit CW-Zeit immer bin und sowas ok Braun Strowman ist am Lagerfeuer aufgewacht hat einen Menschen verprügelt hat einen Menschen ins Feuer geworfen und ihn verbrannt Braun Strowman hat einen Menschen verbrannt dann ertönt er der übrigens ganz komisch mit den Armen gefuchtelt hat aber ja Detail der wurde nicht verbrannt im Hintergrund stand die Feuerwehr das hat man noch nicht gesehen man es ertönte eine verzogene Stimme und wir sahen Alexa Bliss mit einem schwarzen Schleier übergeworfen War es Sister Abigail? ja jahrelanger Aufbau wir wussten nie wer Sister Abigail ist und hier haben wir den Playoff ich muss ich muss ich muss die Zwischenfrage stellen war es Sister Abigail? du hast gerade gesehen wie Braun Strowman sich selbst verprügelt hat in einer Traumsequenz und fragst dann jetzt ob Alexa Bliss wirklich Sister Abigail ist ich wollte doch nur ein bisschen was hier einwerfen lass mich doch auch mal ich kann doch einfach nach Hause gehen ich kann doch einfach ins Bett gehen Mensch Strowman lief auf Alexa Bliss zu es gab aber einen Jumpscare und eine Attacke von Bray Wyatt ob es Einbildung war oder nicht es kann eigentlich nur Einbildung gewesen sein und ob übrigens jemand das Match gewinnt wissen wir nicht Strowman wusste aber immerhin wo der Sumpf ist und da ist er dann auch einfach hingelaufen und dann ist ein Motorboot angefahren gekommen ein leeres Motorboot und dann tauchte auf einmal wieder Bray Wyatt aus dem Nichts auf mit so einem Jumpscare versuchte Braun Strowman im Sumpf zu ertränken und drückte Strowman unter Wasser und drückte und drückte bis der sich nicht mehr bewegen konnte dann tauchte er aber auf nahm nochmal große Atemzüge und beide verprügelten sich dann weiter außerhalb des Sumpfes Bray verprügelte Braun mit einer Schaufel brüllte laut das Licht im Wald ging wieder aus und Strowman hielt sich den Bauch und stand dann langsam wieder auf und hat Bray Wyatt in den Sumpf getreten ein dunkler Schwenk über den See und Braun meinte it's over dann gab es rechts unten schon dieses Extreme Rules Logo sodass wir dachten ja jetzt ist die jetzt ist die Show vorbei aber nein es gab nochmal einen Jumpscare den dritten in Folge von der exakt gleichen Machart übrigens so überraschend wie das jetzt gleich hier um 5 Uhr oder so die Sonne aufgeht und es blubberte dann noch ein bisschen bis Bray Wyatt eben Braun Strowman wieder in den Sumpf ziehen konnte und dann hat sich das Wasser rot verfärbt wir haben von Braun Strowman nichts mehr gehört es tauchte dann nur noch auf der Fiend wir hörten die Lachen von Bray Wyatt er hat so scheint es den Universal Champion ertränkt und damit endet die letzte Großveranstaltung vor dem Summerslam bevor ihr irgendwas sagt ich möchte ein was sagen ich habe offiziell mit dem Charakter Bray Wyatt abgeschlossen seine Matches als Fiend finde ich unerträglich und auch dieses Cinema Match fand ich unerträglich und ich habe mit diesem Bray Wyatt Charakter stand jetzt abgeschlossen Weston Peace Braun Strowman er ist von uns gegangen aber come on AJ war auch vor zwei Wochen begraben von daher ist alles okay come on alles gut Jungs macht euch keine Sorgen One Storm er lebt noch also er wurde vielleicht von Papiranas gefressen und von Kohodin oder so aber ansonsten er wird halt ausgeschissen zusammengesetzt und dann ist er wieder da das ist kein Thema ja du hast ja du hast so schön beschrieben gerade also ich habe mich ja so ein bisschen gefühlt als wenn ich jetzt irgendwie nachts auf dem nach Hause weg bin bin von der Nachtschicht und dann läuft doch so auf WDR 2 oder so dann nachts so ein Hörspiel wenn man auf der Autobahn ist weißte so und dann hört man dazu und denkt sich so schön erzählt aber schlechte Storyline so habe ich mich gerade in deinen Erzählungen so ein bisschen gefühlt wie du das Match beschrieben hast war es das Match es war kein Match oder es war für mich ein sehr sehr ein sehr sehr langes Segment ich habe keine Ringglocke gehört oder sowas also war es kein Match also von daher ja es war aber halt der nächste Versuch nach dem Borneards Match was wir ja auch echt gelobt haben was auch echt gut war was natürlich out of context von normalen Wrestling gewesen ist aber allerdings mit einem Charakter der über 30 Jahre lang aufgebaut worden ist und alles drum und dran dann kann man sowas bringen wenn man meint dass jetzt auch wenn wir besondere Zeiten haben Corona alles drum und dran das jetzt monatlich zu bringen und dann in einer solchen Weise das als Main Event zu präsentieren dann bin ich da einfach komplett raus und muss einfach sagen ich möchte einfach gerne wieder Wrestling zurück haben und ich bin Wrestling Zuschauer ich möchte gerne ein Main Event haben wo ich nie Erfolgs habe wo ich mit den Charakteren mit Fieber und alles drum und dran und inbegriffen bin und am Ende des Matches rausgehe egal ob es für mich positiv oder negativ ausgegangen ist aber ich rausgehe und denke einfach so what the fuck die letzten 20 25 Minuten habe ich echt mit den Leuten doch mitgefiebert und das hat mir das halt dieses Feeling kam halt dort überhaupt nicht auf halt so gar nicht und vielleicht würde ich jetzt als Weekly Segment was extrem lang ist irgendwie sogar noch gar nicht so schlecht finden und sagen immer so cool wenn man das jetzt als Matchaufbau benutzt wenn man das komplette Finish mal rausnimmt und nicht drüber nachdenken dass da Leute getötet worden sind oder wie auch immer sondern das Finish hat irgendwie anders gestaltet und das als Aufbau nimmt für das Match fände ich das vielleicht gar nicht so verkehrt aber das als Main Event eines Paperviews zu präsentieren unter der Flagge wir sind eine Wrestling Company das ist halt einfach ein schlechter Witz sorry und da muss ich einfach ganz klar sagen wenn das Wrestling im Jahr 2020 ist bei der WWE dann bin ich einfach raus da habe ich da fühle ich nichts da habe ich keinen Bock drauf dann kann ich mir auch irgendwie schlecht produzierte quasi self-made quasi I quit Horror Matches angucken also ja I quit ja haha lustiger Witz nein doch der war lustig ja ich weiß nicht also ich muss ganz klar sagen ich war hier echt echt enttäuscht auch wenn wir so etwas cinematisches und sowas eingestellt haben aber zumindest habe ich ja hofft hier sowas ähnliches eher zu sehen wie damals das das Wendy Orton Match was in dem Master ausgesetzt war gegen Edge und sowas halt so als jetzt hier sowas zu sehen selbst das Backyard Match das hatte wenigstens noch bring Boneyard äh Boneyard Match nicht Backyard Match also Boneyard Match war halt Backyard Match wäre vielleicht besser gewesen aber das war wenigstens noch sowas das hatte noch was mit Wrestling zu tun dazu aber das hier puh da bin ich muss ich ganz ehrlich sagen da bin ich einfach raus und das ist nicht das was ich als Wrestling Fan sehen möchte muss ich ganz klar sagen absolute Zustimmung Björn auch mit diesem letzten Satz also ich sehe das ganz genauso und ich muss gestehen sie hatten mich bei diesem als sie das Abschlusslogo eingeblendet haben da hatten sie mich kurz da dachte ich okay es wäre jetzt vorbei und es kam dann nochmal so ein kurzer Überraschungsmoment aber ja dieser Vergleich mit dem Boneyard Match weil ich glaube es werden jetzt viele kommen die sagen ja aber ihr habt es doch noch gelobt dass man vielleicht mal auf The Box gedacht hat zu dieser Zeit und das Boneyard Match war doch cool für euch aber Leute es ist halt es gibt halt die Art von so einem Match und eine andere Art von so einem Match und ich finde das Boneyard Match war halt ein fokussierter Kampf und das hier hatte überhaupt nichts mehr damit zu tun und deswegen war das auch gar nichts für mich es war kein Wrestling Match ich habe es auch langsam satt so es ist nicht das wofür ich mein Wrestling Produkt einschalte und deswegen ja wie gesagt war das ein passender leider passender Main Event für diese Show weil es einfach auch daran erinnert so an WCW Overbooking irgendeine crazy Sache bringen und gut nee so bescheuert war die WCW damals echt nicht also man muss echt sagen bei WCW schlimm ist 2000 2001 war echt schlimm halt so aber da hätten ich die Posten von 2000 gesagt nee das ist zu sehr out of the box das können wir nicht machen es gab bei diesem Event sechs Matches tatsächlich wenn wir das Pre-Show Match ausklammern das ist relativ wenig der Pay-Per-View selbst ging zweieinhalb Stunden das ist ein positives Argument durchaus wenn wir aber diesen Pay-Per-View zusammenfassen wollen es ist ein positives Argument für einen Pay-Per-View Pay weißt du bezahlen und so ich meine ja WWE Network muss man auch bezahlen und so wir reden jetzt nicht von dem an der Weekly Show dass ein Pay-Per-View dass wir es loben dass ein was wir etwa bezahlen weniger Zeit in Anspruch nimmt als eine Wochenshow wie Monday Night War das ist da eigentlich schon ein großer Witz ich meine ich lobe es ich lobe die Zeit wirklich ich lobe es wirklich halt so aber wir reden einfach darüber dass eigentlich dafür Leute Geld bezahlen und weniger bekommen und unter der Woche halt so du drei Stunden lang ertragen musst naja weniger du kannst es ja nicht immer in Zeit ausdrücken also das finde ich jetzt nicht dass dieses Argument immer zieht weil ich meine du kannst auch für etwas bezahlen was halt zeitlich weniger dich in Anspruch nimmt aber dafür qualitativ viel hochwertiger ist da kann man sagen Qualität über Quantität so WWE schreibt ja keine endgültige Zeit fest wie lange der Pay-Per-View denn jetzt wirklich dauert äh letzten Endes das ist ein Pluspunkt für mich jetzt nicht weil es irgendwie deswegen angenehmer zu schauen war sondern einfach weil es eher zu Ende war und diese diese Show einfach jetzt oh kein Positives war früher vorbei ähm äh schreibt uns gerne mal jetzt Zahlen in den Chat das würde mich wirklich interessieren ich hab vor dieser äh bevor wir live gegangen sind so ein paar Sachen schon gesehen äh schreibt uns gerne wie würdet ihr diesen Pay-Per-View bewerten wenn ich hier drauf schaue sehe ich in Ansätzen gutes Pro-Wrestling worauf es dann ankommt wo wo hast du gutes Pro-Wrestling gesehen ich habe gutes Pro-Wrestling gesehen bei Sascha Banks und bei Asuka und ich habe gutes Pro-Wrestling gesehen äh im Kick-Off und ich habe auch ich habe gutes Pro-Wrestling gesehen bei Drew McIntyre und Dolph Zickler ansonsten war der ganze Abend für mich halt nichts was mit Pro-Wrestling zu tun hat aber okay fair enough dennoch alles was eigentlich sich um Finishes gedreht hat war größtenteils größtenteils nicht alles aber größtenteils leider ein Reinfall es war wie ich fand irgendwie so ein verzweifelter Versuch skurril Aufmerksamkeit zu erregen ich muss aber sagen wenn das Ziel war mich irgendwie dass man mich damit jetzt richtig aufstachelt und mich richtig jetzt aus der Haut fahren lässt nee ich muss sagen ich habe mir das angeschaut Eye for an Eye das Finish von Banks gegen Asuka den Swamp Fight und dachte mir einfach Leute wenn ihr euer eigenes Produkt nicht mehr ernst nehmt dann wundert euch bitte nicht warum die Quoten äh fallen und daran ist kein Paul Heyman schuld daran ist kein Bruce Pritchard schuld daran sind diejenigen schuld die das final so abnicken und letzten Endes ist dieser Pay-Per-View an allen von WWE getroffenen Entscheidungen und Stipulations weitestgehend gescheitert und ähm wenn ich jetzt in den Chat schau 3 2 1 1 von 10 Augen 1 von 10 Augen Dennis starker Kommentar äh ich wüsste jetzt nicht warum ich diesem Pay-Per-View mehr als zweieinhalb Punkte geben sollte oha das ist aber sehr gemein von dir ich wollte eigentlich äh extrem tief gehen aber okay ähm ich stimme dir zu allen zu ähm es ist nicht das was ich sehen möchte ich war vor diesem Pay-Per-View die Patroule könntest bestätigen in der Piwo ich war sogar noch relativ gespannt auf dem Pay-Per-View ich hab mich so weit drauf gefreut ich hab's euch gesagt und hab ich bin ganz ehrlich halt wenn ich halt am Ende des Abends sitze und darüber nachdenke so ja vielleicht wär's besser gewesen wenn sie irgendwie äh irgendwie per Mega-Effekt keine Ahnung way ein Auge ausgehöhlt hätten halt so dann wisst ihr halt wo man hier am Ende irgendwo sitzt halt so im Effektiv muss ich sagen bis auf Dolph Ziggler gegen Drew McIntyre worauf ich überhaupt nicht gespannt gewesen bin und eigentlich gar keinen Bock drauf hatte ähm das war das einzigste was für mich so sagen würde okay das kannst du auf eine Pay-Per-View Card packen das ist in Ordnung da hat man eine ordentliche Story in diesem Match erzählt ähm mit der Stipulation alles drum und dran das war okay alles andere war für mich schwerste Enttäuschung und echt einfach ich muss es so das ist das Schlimmste was ich sagen kann aber es war einfach langweilig das hat mich einfach nicht interessiert und ähm ich wollte gerade eben drei von zehn geben aber wenn es sogar Tobi nur zweieinhalb gibt dann muss ich das unterbieten und sage ich es gibt zwei von zehn wahrscheinlich sogar am Ende nur weil nur du King Tiger und Dolph Ziggler kann kein Argument für ein Pay-Per-View sein das ist halt einfach zu wenig und bin ich ganz ehrlich halt so Johnny was muss ich tun damit ich suspendiert werde ihr wünscht euch übrigens immer Bilder in den Reviews hier habt ihr eins Chris was hast du vom Pay-Per-View gehalten ich will das Bild jetzt erstmal sehen ah ja nett ah ja also es war Overbooking des Grauens also wirklich zwei der schlimmsten Finishes auch der letzten Zeit ich würde auch auf jeden Fall mal behaupten das war die schlechteste Wrestling Show des Jahres und man hat oder zumindest die die ich bisher gesehen habe ich habe natürlich nicht alle Wrestling Shows dieser Welt des Jahres gesehen aber ihr wisst wo ich herkomme und das Schlimmste für mich ist halt einfach immer noch dass ich genau weiß WWEs Ziel anscheinend bei der Show ist mir das zu nehmen wofür ich Wrestling Fan bin und ich will einfach simples geiles Wrestling sehen und genau das wollen sie halt nicht und genau das repräsentieren sie nicht und deswegen ist diese Show eigentlich exakt das Gegenteil von dem was ich sehen möchte und was habt ihr gegeben zweieinhalb und zwei ich habe keine Ahnung es ist schwierig sich direkt da Gedanken zu machen und das irgendwie zu vergleichen aber ja bin ich auf jeden Fall dabei um den Dreh ich würde ja jetzt aus Spaß gerne sagen anderthalb um euch zu unterbieten aber ja komm das wäre WCW-Booking mach es noch einen draufsetzen die Aussage setzen wir einen drauf Leute in diesem Sinne würde ich sagen wir machen den Punkt hinter diesem Pay-Per-View ich bin mir ziemlich sicher es wird natürlich Menschen geben die sagen warum meckert ihr so viel hey wenn ihr Spaß mit diesem Produkt habt alright vielleicht seid ihr auch erst vor ein paar Jahren Wrestling-Fan geworden und das ist für euch noch gar nichts irgendwie vielleicht haben ja auch alte Leute drauf vielleicht sind es auch einfach keine also vielleicht nicht Wrestling-Fans in dem Sinne sondern halt Fans von dieser Art von Show die geliefert wird und dann korrekt das würde ich dann mal schlecht reden also ich sage nö das ist ja sowieso nicht wenn da jemand Bock drauf hat ist das vollkommen okay ich glaube aber nicht dass so viele Leute auf dieser Welt darauf Bock haben dass sich dieser Kostenaufwand der dort betrieben wird gerechtfertigt wird und von daher glaube ich dass ihr trotzdem in der Minderheit seid aber trotzdem respektiere ich jeden für seine Meinung also wenn jemand sagt immer Björn mich kotzt es an dass du alles so scheiße redest oder was halt so ist das auch vollkommen okay vielen lieben Dank an alle die hier live dabei waren zwischenzeitlich über 300 Zuschauer wir werden jetzt hier nach diesem Podcast noch ein bisschen online bleiben noch ein bisschen mit euch quatschen wenn ihr dieses ganze FAQ noch hören wollt dann könnt ihr gerne auf Patreon die komplette Version dieses Podcasts noch einmal nachhören und dieses Livestreams ansonsten verabschieden wir uns jetzt wen es betrifft Chris und Björn begrüßen euch glaube ich zu Raw dann irgendwie jetzt morgen ich habe damit nichts zu tun korrekt wer da auch Bock hat eins in den Chat eins in den Chat Alge Alge und damit würde ich sagen genießt Pro Wrestling und habt eine schöne Nacht kommt gut in die Woche wir hören uns macht's gut auf Wiedersehen tschüss wer das jetzt kennt so schreibt mal bitte in die Kommentare wenn ihr das vielleicht auch danach hört oder in den Live Chat von wem das ist genießt die Scheiße genießt die Scheiße und ja Leute es freut mich dass ihr bis hierhin jetzt dabei gewesen seid ich hoffe dass wir euch unterhalten konnten und ich will das immer relativ kurz halten deswegen kann ich auch nur sagen lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal und ich bin für Hashtag CheckMack2War haut rein gute Nacht bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal